Mit einer Gedenkfeier haben am Donnerstagnachmittag zahlreiche Menschen an die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal erinnert. Zu der Veranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Jahrestag des Unglücks waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer angereist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Vormittag ebenfalls im Ahrtal der Opfer des Hochwassers gedacht. Er nahm am Abend an einem Gedenkgottesdienst in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen teil. Auch in Nordrhein-Westfalen waren durch Starkregen und Überschwemmungen am 14. Juli 2021 zahlreiche Menschen umgekommen und großer Sachschaden entstanden.